Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, sonst seht ihr immer die aktuellsten Videos. Eigentlich ist der Nubis ja ziemlich böse, aber der ist ja irgendwie harmlos. Ähm, ich kann Anubis schaden. Oh, man rennt denn da weg? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mache, was da jetzt rausspringt. So. Krass. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade alles aufgenommen habe. Auf jeden Fall mega Aufstieg habe ich aufgenommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch so gut war oder schlecht war. Ich weiß es nicht. Gut. Ähm. Okay, dann ist das auch erledigt. Und dann kann man ja mal runter gehen. Äh, ja. Ja. Okay, ich habe hier irgendwas gemacht. Was ist denn Bionalo? Ach, die läuft da unten rum. Die wird sich ganz runter. Na toll. Hier kann man auch wirklich, wirklich nur Weizen anbauen. Wow. Hallo. Ich habe ein gebrochenes Bein. Aber da kann man die gar nicht finden. Man muss warten, bis das hier fertig ist. Ich verstehe das nicht. Das ist jetzt hier Weizen, oder? Genau. Sieht zumindest danach aus. Das hat die Form. Aber wollte ich nicht eigentlich gerade ausmachen? Die Spiele schwimmen. Kannst du ja nicht sagen, was du machen willst. Du machst ja immer was anderes als du selbst. Das machst du. Das ist deine, das ist deine Arbeitsweise. Deine Lebensweise. Du erzählst was und machst noch tausend Dinge dazwischen. Kennt ihr auch so jemanden? Hm. Hm. Ich schon. Cool. Ich habe Anubis erledigt. Hm. Der ist da nicht mehr oben. Ich hoffe, der ist mir nicht böse. Ja. Der lieber Freund Anubis ist doch nicht. Ach, Quatsch. Dass der jetzt... Der finde es bestimmt super, dass er versucht, ihn fertig zu machen. ...wieder da... ...hinkommt, wo er hingehört. Hier ist irgendwas fertig. Auch nicht so ein Grünzug. Auch nicht so ein Unkraut. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht voll mal melzen. Mach ich das jetzt so? Ist das ein Schwert, oder? Okay. Das ist ja stummig einfach. Ich weiß mal gerne, wo man eine Depone machen kann. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Das wird einfach nur verkloppt hier. Okay. Yonaru baut hier irgendetwas. Ich lasse das mal. Und nehme mir das mal nicht weg. Also, das haben wir schon mal geschafft. So, wie macht man aus dem Zeug jetzt Mehl? So, wie macht man aus dem Zeug jetzt Mehl? Okay. Wie mache ich jetzt aus dem Zeug was anderes? Was brauche ich noch? Ah, die roten Beeren. Okay. Cooking Pot. Okay. Ähm. Hier kann man also Mehl machen. Wolle, Leder, rote Beeren. Mal gucken, wie viel wir dafür brauchen. Wolle, Leder, Eis. Ich kann dir auf jeden Fall schon einiges herstellen. Zehn. Okay, dann kommen wir gleich ins nächste Zeit, Alter. Echt? Wir brauchen nur Eisen, so einen Detektor und ein Holzschild. Aber es kann sein, dass du auch sowas herstellen musst. Ich weiß es nicht. Eisen, ein Holzschild? Wie mache ich jetzt ein Holzschild? Ähm. Einfach craften. Guck mal nach Workbench. Erstmal brauche ich dafür Holz, wenn das schon Holzschild heißt. Oh. Hat sich wohl erledigt, oder? Weiß ich nicht. Nächste Zeit, Alter. Boah, was ist hier los? Der Sonne hat eine ganz andere Strahlung. Jetzt können wir nämlich die größeren Wüsten machen. Ach, Mensch. Ich glaube, das soll Sonnenuntergang sein. Ich war gerade so ein bisschen geblendet von meiner Schönheit. Oh ja, jetzt sehe ich schon. Jetzt kann man hier noch andere Sachen herstellen. Mhm. Ein Autokocher. Ja, gut. Muss ich jetzt nicht verstehen. Ein automatischer Kocher. Aber wenn wir im nächsten Zeitalter sind, dann kann ich mal gucken, ob wir noch irgendwelche Welten freischalten können. Nee, dafür brauche ich Eisen. Ah, die kann ich mir freikaufen, die Welten. Sonst brauche ich immer nur Eisenbahnen. Warte mal, bleib mal da. Mach den mal in der äußersten Kiste. Hier sind 84 Eisenbahnen. Bitteschön. Okay. Dass man Melden freischalten kann. Kann man sich hier freikaufen. Kohle ist ja genug da. Okay. Cool. Äh. Gut, dann mach ich mal. Na gehst du mal hier. Nimm ich mal die beiden Bäume hier auseinander. Irgendwann ist von der Insel nicht mehr übrig. Das dauert ein bisschen lang. Okay, hier. Mal gucken, was hier ist. Okay. Blöken? Hier? 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 Wir brauchen ein Einzelne Sattkummer und sie Bokobelle machen. Bokobelle? Kreaturlein fängt und hier drinnen Pokémon spielt Was ist denn das für ein Stolz? Gut, ich habe hier auf jeden Fall einige Wählen jetzt noch freischalten können Das mache ich dann schon süchtig, das Zeug Ja Und wie Und wie Wir können jetzt lauter Maschinen machen Lauter Maschinen auf dem Motorrad Das wäre ja immer natürlich eine Idee, wa? Na, guck doch mal, wo man alles machen kann Ich habe jetzt noch gar nicht reingeschaut Was ist denn das für ein Stolz? 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 Das für ein Stolz? Was ist denn das für ein Stolz? Hier ist nichts drin Hier ist nichts drin Was ist denn das für ein Stolz? 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 Ich brauche fünf Wenn ich vier Mit mehr Leder können wir uns sogar noch besser wüssten Ach Mensch ey Leg mir doch am Arsch Was brauchst du denn? Das was du nicht hast Vielleicht haben wir es ja Titan Na ja, Kappelstahl Sag ich doch, das was du nicht hast Oh Mann, ich so frech Brauchst du irgendwas? Nö Willst du dir mal Rüstung machen? Vielleicht eine Pfeile? Ach, der kann schauen Ja, Rüstung, wo war denn das? Hier? Wir können Glas machen, das heißt, wir können neue Sachen erstellen Ja, aber ich stelle mich erst mal gleich woanders hin Da vielleicht, Repair Up Okay Einmal reparieren Und auch hier einmal reparieren Damit das Ding erst mal erniedigt ist Also ich verabschiede mich jetzt mal Bis dahin lassen wir noch viel Spaß Und Tschüss Tschüss Tschüss